Und wir hören jetzt gleich Hanna. Sie hat sich einen Song von Kelly Clarkson ausgesucht und der heißt Hardbeat. Und DJ Anna gibt heute Punkte für die Performance. Hi! Richtig! Hi! Hardbeat-Song. Kein einfacher Song, vor allem weil manche Textstellen ganz schön schnell sind und dann noch auf Englisch könnte kompliziert werden. Aber es ist ein richtig cooler Song, der immer animiert zum Mitsingen. Ich bin gespannt, ob Hanna das auch schafft. Oh ja, das bin ich auch und Hanna steht auch schon bereit hinter der Bühne. Hat sich warm gemacht, warm gesungen. Dann können wir anfangen. Hier ist sie für euch, Hanna! Sie zaubert mit ihrem Springseil auf der Bühne und jetzt verzaubert sie uns. Sei unser Clubster. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 »Das sind die Schatze, die Schatze, die Sch� though molto bildete hier?« »D assessingIR« »Das hast du spitzig gemacht!« »T警 faites »N superviler« »Akara,